Schloss Sanssouci, zu Deutsch ohne Sorge, inmitten von Weinbergsterrassen. Als Sommerresidenz ließ es der preußische König Friedrich der Große 1745 ganz nach seinem Wünschen erbauen. Die Parkanlage sollte nicht nur schön sein, sondern auch nützlich. Noch heute werden verschiedene Obstsorten Wein und Feigen angebaut. Damals war das Angebot sogar noch größer. Die geschnittenen Taxus-Pyramiden waren früher Äpfel und Birnen. Und seitlich des Weinbergs gab es richtige Walnüsse und Eskastanien. Es gab aber auch in der ganzen Parkanlage ein Ananasrevier, ein Erdbeerrevier. Und wie man ja hinter mir sieht, wurden die Wein- und Feigenpflanzen auch teilweise verglast, um halt noch früher sozusagen Früchte ernten zu können. Bis heute geniessen Besucher die weitläufige Parkanlage. Sichtachsen lenken den Blick auf gestalterische Höhepunkte. Selbst über die Baumwipfel hinweg bestehen Sichtverbindungen. Etwa zum Weissen Schloss auf der Pfaueninsel. Idyllisch abgeschieden liegt sie im Südwesten von Berlin und ist nur mit einer Fähre zu erreichen. Friedrichs Neffe und Roh-Nachfolger traf sich hier mit seiner Geliebten. Dessen Nachfolger wiederum liess exotische Tiere auf die Insel bringen. Der spätere Grundstock für den Berliner Zoo. Noch heute leben hier Pfauen und seltene Vogelarten. Die gesamte Insel ist Naturschutzgebiet. An einem anderen Uferstück von Berlin erfüllte sich ein weiterer preußischer Nachkomme seinen ganz persönlichen Traum. Nach einer Italienreise liess Prinz Friedrich Karl das Landhaus Glienicke umbauen, zum klassizistischen Schloss mit passender Parkanlage. Und so haben Generationen von preußischen Herrschern die von der UNESCO ausgezeichneten Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin geprägt. Einheitlicher und ursprünglicher dagegen wirkt der Park von Bad Muskau an der deutsch-polnischen Grenze. Dabei ist auch hier jedes Detail durchdacht und gestaltet. 1815 liess Fürst Hermann von Pückler Muskau, ein weltreisender Schriftsteller und Landschaftsarchitekt, in seiner Heimat rund um den Fluss Neisse eine riesige Parkanlage im englischen Stil errichten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Fluss jedoch zur Grenze. Ein Großteil des Parks lag in Polen. Erst in den 90er Jahren verbesserte sich die deutsch-polnische Zusammenarbeit und wurde zum Vorbild internationaler Denkmalpflege. Es wurden zunächst vor allen Dingen erstmal die verwilderten Wiesen wieder geöffnet, diese alten Sichten wieder herausgeschält aus dem Dickicht kann man sagen. Es wurden auch die historischen Wege wieder neu angelegt, sodass man also auch wieder durch den Park wandern kann. Und dazu gehört natürlich auch die Verbindung wieder über die Neisse mit dem Wiederaufbau der Doppelbrücke 2003. Seitdem ist der Fürstpückler Park Bad Muskau wieder so zu erleben, wie ihn der Schöpfer geplant hatte, als weitläufige, romantische Gartenlandschaft. Ähnlich wie der Pückler Park ist auch das Gartenreich Dessau-Wörlitz dem Gestaltungswillen eines Fürsten zu verdanken. Auch Leopold III. von Anhalt Dessau hatte sich für sein Gartenreich den englischen Landschaftsgarten zum Vorbild genommen. Er wollte nämlich eigentlich als junger Mensch, wollte er nach England auswandern und das durfte er nicht. Er musste sein kleines Fürstentum in Anhalt Dessau antreten und da hat er gesagt, na gut, dann hole ich mir mein England hierher. Und so hat er einen englischen Landschaftsgarten hier nach Wörlitz gebracht. Immerhin eine der ersten landschaftlichen Parkanlagen ausserhalb Englands. Das Gartenreich sollte alle Besucher und nicht nur die Hofgesellschaft erfreuen und belehren. Die Parks waren von Anfang an für jedermann zugänglich, ebenso wie das Schloss. Die Inneneinrichtung spiegelt das Interesse des Fürsten für Antike und Aufklärung. Alle Landschaftsgärten von Potsdam über Bad Muskau bis nach Wörlitz eint die Idee, den Garten so natürlich und die Natur so ideal wie möglich erscheinen zu lassen.